Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Und wie Sie sehen können, bin ich heute nicht alleine hier vor der Kamera, denn ich freue mich riesig, einen Gast an meiner Seite zu haben. Der ein oder andere wird ihn sicherlich kennen. Lieber Werner, lieber Herr Mommsen, ich freue mich. Du warst am Wochenende bei uns im Studio zu Gast und hast gleich gesagt, dir gefällt Güstrow so gut, bleibst noch ein paar Tage länger und kommst auch noch mal hier zu uns in die Nachrichten. Wie gefällt es dir denn bei uns? Ich finde es schön, wenn man so in diese Stadt reinfährt, optisch wunderbar. Es wird ein bisschen viel gebuddelt. Ich habe extra mir noch Wanderschuhe bestellt für die letzten Tage. Man weiß ja nicht, wo du hintrittst und so weiter. Ich habe auch schon mal geguckt, ob ich vielleicht das eine oder andere Sklett noch finde. Da liegt ja wohl einiges drunter wahrscheinlich. Die Archäologen sind fleißig momentan. Das habe ich mir gedacht. Also rund um die Kirche war ja früher auch der Friedhof. Und je tiefer die gerade gehen, umso mehr Skelette legen die da frei. Also es ist spannend. Wir dürfen da auch immer mal mit der Kamera hin. Also wenn du möchtest, können wir da auch noch mal irgendwie die Tage mal ein Date machen. Also die Stadt ist spannend. Man sollte nur nicht so am Nachmittag kommen, finde ich. Dann ist ein bisschen tote Hose, oder? Dann ist das schon sehr gemütlich. Ja, also ich sage mal, du kannst dann auf jeden Fall noch deinen Drogerie-Einkauf machen. Ja. Ja, das ist immer so ein bisschen, da muss ich dazu sagen, wir sind eine relativ kleine Stadt. Das hast du ja auch gesehen. Und die meisten zieht es dann doch eher irgendwie so ein bisschen ins Größere dann. Aber man hat dann Zeit für schöne Spaziergänge, für nette Runden irgendwie zu Hause am Kaffeetisch. Oder eben Studio 2, wenn wir dir mal eine Veranstaltung angucken. Genau, richtig. Super, ja, freu mich. Bist du das erste Mal jetzt hier bei uns in der Gegend? Ich bin, ja, ich bin natürlich oft so Ludwigslust, ein kleines Fest. Und darum, in der Gegend bin ich Schwerin hin und wieder mal Parchim und so. Aber hier, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern. Also ich würde es ja nicht vergessen, wenn ich mal hier war. Nee, absolut nicht, um Gottes Willen. Also von daher müsste ich, glaube ich, das erste Mal da sein, ja. Und wie fandst du es? Also ich hätte das Schloss gerne gesehen, aber da hängt ja eine Tüte vor. Christoph war hier. Also ich habe gehört, ihr seid noch vier Jahre, soll es noch dauern? Es dauert noch ein bisschen, ja. Wir sind ja schon eine ganze Weile jetzt bei. Wir begleiten auch den Baufortschritt am Schloss immer regelmäßig und treffen uns jetzt Ende des Monats wieder. Es werden auch da immer wieder spannende Sachen gefunden. Also das ist ganz cool, so die alten Zeitkapseln, die irgendwie aus den Gemäuern und aus den Türmen und überall wird da mal was gefunden. Und das erheitert uns jetzt gerade so ein bisschen die Bauzeit. Aber bis es dann wieder in vollem Glanze erstrahlt, das dauert noch ein paar Jahre. Ist es ja auch spannend, gegenüber ist das Seniorenheim? Ja. Ich meine, da kann man ja auch mal sagen, ich wohne beim Schloss. Absolut. Das ist ja eine schöne Adresse, Schlossplatz 1 oder wie das heißt, ne? Tatsächlich gibt es nicht nur die, die gegenüber vom Schloss wohnen. Es gibt sogar jemanden, der noch im Schloss wohnt. Huibu? Nee, besser. Eine Dame, deren Mann damals beim Schloss angestellt war, also zu Zeiten, als dort auch noch ein bisschen Verwaltung und solche Geschichten stattgefunden haben. Und diese Dame hat Wohnrecht auf Lebenszeit bekommen und darf sich als Schlossherrin da betiteln. Wenn die das Haus verlässt, schätzt mal, was die für einen Schlüssel dabei hat. Das ist ein richtiges Bund. Die hat wahrscheinlich so einen Apparat. Die hat so einen Schlüssel. Das ist ungelogen. Ich durfte mir den schon anschauen. Und der ist wirklich, also der ist ein Stück größer als meine Handfläche gewesen. Und den muss sie mitnehmen, wenn sie abends nach dem Pförtner nach Hause kommt. Weil ansonsten kommt sie durch das große Schlosstor vorne nicht mehr nach Hause. Wie sieht es aus? Hat die einen Partner oder ist da noch was zu machen? Das wäre, also... Ich würde vielleicht nochmal abends mal anklopfen, wo, welche Etage ist das? Das klären wir dann nachher nochmal, ne? Das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Du lernst immer so eine Schlossfrau kennen da, ne? Das ist so. Also du siehst, Güstrow hat einiges zu bieten. Und wir haben hier heiße Kontakte. Da kriegen wir einiges für dich hin. Ich würde sagen, ich bleibe noch ein paar Wochen. Sehr gerne. Und wenn es so weiterläuft, ziehe ich jeder hin. Was liegt denn für dich dieses Jahr noch an? Ich habe jetzt gerade im Frühjahr Premiere gehabt. Also jetzt im Januar mit einem neuen Programm. Das wäre noch unser Programm zum Thema Glauben. Damit werde ich viel rumtouren in diesem Jahr. Dann habe ich noch eine 80er-Jahreshow mit einer Top-4-Deband in Planung. Im Juni haben wir da in Hamburg im Schmidt-Theater Premiere. Schön. Ja, da wird ganz spannend mit der Musik der 80er-Jahre. Neue deutsche Welle, Schlager, Rock, Pop, alles was es so gibt. Singst du selber? Weniger. Ich überlege nochmal so das ein oder andere Lied. Aber ich mit der Ansagemann. Ich erzähle so ein bisschen, was 80er-Jahre los war, so ein paar Geschichten, ein bisschen gedöhnt und so was. Schön. Ja, und Weihnachten bin ich wieder mit dem Bergdoktor unterwegs. Das ist ja auch wirklich, also wir sind ja selber auch schon in den Genuss gekommen, das mal sehen zu dürfen, euch beide da auf der Bühne. Und ich muss sagen, es ist ja, du hast den Hans da auch ordentlich gekitzelt, dass der da so ein paar Geschichten rausholt. Ja, der muss immer ein bisschen, der hat ja viel erlebt und so und dann weiß man immer nicht, was darf er sagen, was darf er nicht sagen, was ist Geheimnis. Aber jetzt ist er wieder in Elmau im Moment. Ist ja fleißig dabei, ne? Ja, ja, ja. Hat seine Frauen um sich rum. Du, der ist ja wirklich nett, der war der, du. Also der stündet die Kerze immer von beiden Seiten an, das kannst du aber ganz ehrlich sagen. Meine Güte, du, also, na gut, muss er machen, muss er machen. Muss er machen. Solange er es noch kann, ne? Lieber Werner, danke, dass du hier zu uns gekommen bist. Wenn du möchtest, ist das jetzt nochmal deine Chance, den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause noch einen kleinen Gruß mitzugeben. Ja, kann auch so. Ich freue mich, dass ich hier bei euch in Güstrow sein darf und sein durfte. Es ist eine knorke Stadt, also man kann da noch einiges machen, aber ihr seid ja auch gerade dabei. Und ich würde sagen, bleibt gesund, munter, seid fröhlich, mehret euch, wenn ihr es noch könnt vielleicht, also, kann ja auch nicht schaden. Und in diesem Sinne, ein ganz hamburgensisches Hummel-Hummel, euer Werner. Ich weiß gar nicht, was los ist. Mein Name ist Monsen, Werner Monsen. Ich bin Klappmoguliker von Hamburg weg. Und weil ich von Hamburg weg bin, dann sage ich an dieser Stelle mal ganz hamburgensisch, Hummel-Hummel. Ja, liebe Zuschauer, so netten Besucher empfange ich gerne hier bei mir. Ab Montag, dem 19. Februar, startet im AWO Familienfreizeit- und Lernberatungszentrum der Kurs auf musikalischen Abenteuern mit dem Musikkater für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Der Kurs findet wöchentlich von 15 bis 15.45 Uhr statt und bietet acht spannende Nachmittage voller Musik, Spaß und gemeinsamer Aktivitäten. Die Kinder werden spielerisch an Musik, Rhythmus und Klänge herangeführt, das Singen stärkt die Stimmen, Bewegungslieder und Tänze fördern ihre Motorik und Bewegungsabläufe. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es telefonisch unter 03843 218 4410. Das Güstrower Seniorencafé, geleitet vom DRK Güstrow, lädt rüstige Senioren zu einem Ausflug in den Rostocker Gartenmarkt Grünfingers ein. Neben den monatlich stattfindenden Freizeitnachmittagen sind auch mehrere Touren in unserem schönen Bundesland für Pfand 2024 geplant. Am 29. Februar geht es vom Ehrenamtszentrum im Heideweg mit dem Bus nach Rostock zum Wummeln im Gartenmarkt, genussvollen Verweilen und anschließend wieder wohlbehalten zurück. Anmeldungen sind bitte unter 0175 1129 151 abzugeben. Die BUND-Gruppe Güstrow, der BUND-Landesverband MV und die Stadt Güstrow veranstalten am 20. Februar um 17.30 Uhr einen Vortrags- und Diskussionsabend zum Thema Klimaschutz in der Stadt. Eingeladen sind alle, die sich dafür interessieren, zuhören oder sich in die Diskussion mit einbringen wollen. Die Veranstaltung findet im Rathaus statt. Mehr Informationen gibt es unter www.bund-mecklenburg-vorpommern.de Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Willkommen zu den Kulturnews. In Kooperation mit dem Ernst-Barlach-Theater, dem Theaterförderverein e.V. und dem Filmclub Güstrow e.V. lädt der Kunst- und Altertumsverein Güstrow e.V. herzlich zum Dokumentarfilm von Volker Köpp über den bedeutenden deutschen Nachkriegsautoren Uwe Jonsson ein. Der Film mit dem Titel Gehen und Bleiben wird am Dienstag, dem 20. Februar um 19.30 Uhr im Ernst-Barlach-Theater gezeigt. Der Film erzählt von Uwe Jonsons Leben und Werk, insbesondere von seiner Bindung zu Güstrow, wo er von 1946 bis 1952 die John-Brinkmann-Oberschule besuchte, bevor er die DDR verließ und fortan in West-Berlin, New York und England lebte. Jonsons mecklenburgische und pommersche Wurzeln bleiben stets ein zentraler literarischer Bezugspunkt für ihn. Der Dokumentarfilm beleuchtet einfühlsam die Motive des Gehens und des Bleibens in Jonsons Werken sowie seiner Güstrower Perspektive. Während in Köln, Düsseldorf und Co. die ganz großen Faschingsumzüge gefeiert werden, zeigt der Stuck in Güstrow, dass es auch im Kleinen ganz viel Spaß macht. Lachende Gesichter, bunte Kostüme und fröhliches Tanzen – das war am vergangenen Mittwoch im Stuck angesagt. Denn das Stuck-Team hatte zum Faschingsmittwoch eingeladen. Menschen mit und ohne Handicap waren hier herzlich willkommen. Thomas Hensel gehört mit zum Stuck-Team. Ihm war es schon vor Jahren ein Anliegen, ein Angebot für Menschen mit Handicap zu schaffen. Vor vielen Jahren, vielleicht so vor 20 Jahren, wurden wir mal angesprochen von der Bekannten von uns, ob wir uns das vorstellen können. Da haben wir gesagt, ja, machen wir. Und seitdem machen wir es. Und wir finden es selbstverständlich, dass wir es machen. Es wird kaum darüber berichtet. Wir hängen es nicht an die große Glocke. Wir machen es gerne. Es macht uns Spaß. Es macht den Gästen Spaß. Und dann machen wir es. Das war für alle, die gekommen waren, eine schöne Sache. Denn gerne bewegen sie sich zur Musik, trinken etwas, erzählen und haben Spaß. Und dabei ist es völlig gleichgültig, ob jemand ein Handicap hat oder eben nicht. Ja, ja, das ist ja sozusagen der Ansatz für die Disco-Veranstaltung für Menschen mit und ohne Handicap. Und es kommen halt viele Leute, die in den Einrichtungen arbeiten, in Güstrow-Werkstätten arbeiten oder hier so im betreuten Wohnen sind oder so. Aber es kommen auch immer ein paar Leute ohne Handicap, sag ich mal. Es ist preiswert, weil unsere Getränkepreise sowieso preiswert sind und es kostet keinen Eintritt. Und es ist für alle. Doch es wurde nicht nur Musik präsentiert. Auch eine besondere Show-Einlage kam von den Tänzerinnen und Tänzern des Güstrower Karnevalclubs. Zuerst traten die Jüngeren, die Queenies auf und zeigten ihr Können. Anschließend waren dann die Nameless, die Namenlosen an der Reihe. Da kam ordentlich Stimmung auf. Und egal ob jünger oder älter, die Tänzerinnen und Tänzer haben großen Spaß an dem, was sie machen. Die 10-jährige Miri ebenso wie die 11-jährige Emma. Ja, ich bin schon seit sechs Jahren dabei und ich habe das früher wegen meiner Freundin entdeckt. Und es macht mir Spaß. Ich immer früher schon oft Karneval gesehen habe und ich immer früher gerne getanzt habe. Deswegen wollte ich unbedingt dabei sein. Da konnten die Zuschauer gar nicht anders, als ebenfalls begeistert zu sein. Anschließend ging es dann wieder schnell für alle auf die Tanzfläche. Übrigens gibt es die Mittwochsparty für Menschen mit und ohne Handicap sehr viel öfter im Jahr. Aber vergangenen Mittwoch war es eben der Faschings-Mittwoch. Ob Harlequin oder Klauen, vor allem war wichtig, Spaß zu haben. Aber wer sich besonders schön kostümiert hatte, der wurde zum guten Schluss noch prämiert. Unter der fachkundigen Anleitung des Druckgrafikers Christoph Knitter haben sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene die Möglichkeit, die jahrhundertealte Kunst des Holzschnitts zu entdecken. Knitter ist für seine Werke bekannt, die durch kraftvolle Kontraste auszeichnend sind. In diesem Workshop teilt er seine langjährige Expertise und vermittelt Interessierten, wie ein Druckstock angefertigt und das gewünschte Motiv auf das Papier oder die mitgebrachten Textilien gedruckt werden kann. Der Anmeldeschluss für den Workshop ist der 19. Februar. Anmeldungen können per Mail an info at balach-museen.de oder telefonisch unter 03843 844 3x0 erfolgen. I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frim-frim sauce with the us in vain. Wish if I'm on the side. Seeing lovers do the thing. Oh, 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 oh. That's the time. I feel like making love. A buster took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was undisquared. A buster tried to throw the monkey off of his backyard. A monkey grabbed his neck and said, Hey, listen, Jack. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen beim Sport! Nach einer Niederlage gegen den Greifswalder FC am vergangenen Wochenende heißt es für die erste Männermannschaft des GSC 09 Abteilung Fußball beim Heimspiel am 17. Februar wieder Punkte zu sichern. Der FSV Bendwisch ist an diesem Nachmittag zu Gast. Das Spiel beginnt um 14 Uhr. Die Fußballerherren vom TSV Bützow empfangen am Sonntag den PSV Rostock zu einem Freundschaftsspiel auf heimischem Rasen. Es ist das vorletzte Vorbereitungsspiel vor der Rückrunde. Anpfiff ihrer Partie ist ebenfalls um 14 Uhr. Lange war es nicht klar, ob es den LVM Versicherung Swim & Run vom Trifan Güstrow auch in diesem Jahr wieder geben wird. Umso schöner ist es, dass die Anmeldephase nun begonnen hat und sich die Starter für den 23. März nun anmelden können. Wer sich auf den 750 Meter Schwimmen und 5 Kilometer Laufen messen möchte, findet alle Informationen unter www.trifan.de. Im Übrigen findet am 8. Juni auch wieder ein Inselseelauf statt. Der Trifan hat den Wettbewerb mit unter seine Flagge genommen und freut sich über rege Beteiligung. Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute zeige ich mal was, was es wirklich, wirklich ganz neu in der Baumarktbranche gibt und tatsächlich, soweit ich weiß, in der Region Güstrow nur bei uns. Nämlich das sind 3D-Klinkerplatten. Und wenn ihr jetzt wundert, warum ich die so leicht halte und sie nicht schwer werden, deshalb, weil die aus Styropor sind. Aber im vorderen Bereich ganz toll in 3D-Optik und super fest und stabil. Die kann man innen und außen nutzen. Man kann sie in die Kuschelecke bauen, in die Garage, man kann sie mit Barschick machen, aber auch im Außenbereich das Gartenhaus dann mitverkleiden oder den Sockelbereich, der meistens so schmuddelig aussieht. Ja, warum haben wir das hier? Es wird häufig nachgefragt, sowas gibt es am Markt und wir wollen eigentlich die Ersten sein, sowas anbieten. Wir haben natürlich nicht nur diese eine wunderschöne Sorte. Hier den 3D-Effekt kann man ganz toll übrigens sehen. Es ist wirklich nahezu authentisch und macht dann mal selber sowas, da kannst du aber lange rumspachteln dran. Ja, wir haben also nicht nur diese eine Sorte, wir haben 15 unterschiedliche Dekore am Lager. Das ist wirklich viel. Jeder kann sich da was raussuchen und das Verarbeiten ist denkbar einfach. Cuttermesser nehmen, abschneiden, danach einen Kleber draufbringen, idealerweise mit der guten Klebespritze hier für den Innenbereich und für den Außenbereich empfehlen wir einen Flex-Sicherheitskleber, damit das vollflächig angebracht werden kann. Und dann hat man Freude daran. Ja, was kostet der Spaß? Tatsächlich kostet der Quadratmeter bei uns 24,99 Euro und ich denke, das ist ein super Angebot und wenn man sieht, wie schnell man damit ruckzuck eine Platte und die nächste zusammengezaubert hat, also da werden die Nachbarn und die Freunde begeistert sein und sagen, das will ich auch. Ab sofort bei uns im Hagebaumarkt. Ja, was soll ich sagen, gemeinsam geht das. Dankeschön. Willkommen beim Wetter. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel bedeckt bei Temperaturen um die 4 Grad. Am Mittwoch kommt es über den Tag verteilt immer wieder zu Regenschauern bei Werten zwischen 4 und maximal 8 Grad. In der Nacht bleibt die Wolkendecke ebenfalls festgeschlossen bei Tiefstemperaturen um die 8 Grad. Donnerstagmorgen ist es ebenfalls bedeckt bei Werten um die 8 Grad. Später gibt es dann wieder vereinzelte Regenschauer bei Höchstwerten um die 11 Grad. Am Abend und in der Nacht bleibt es dann wieder trocken bei Temperaturen um die 9 Grad. Hier geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von mit Scham und Schürze, diesmal mit einer kleinen Urlaubsvertretung für Stefan. Willkommen in der Steakfeft, ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wacke-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profi-Griller und natürlich die Pasteln, Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, komm vorbei! Vielen Dank!